Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Ruf des Kriegsfürsten anzunehmen bei Nathanos Westwoofer in Zuldazar, an dieser Position. Bei der Quest ist nicht viel zu tun, außer annehmen, zu dieser Position laufen, Quest beenden, danke fürs Zuschauen, hoffe das Video hat euch geholfen. Ciao